Stefan Simon, wenn du spawnst, dann hättest du ihn. Er kommt, er kommt, er kommt! Jawohl, Alter! Sehr schön. Ja, ich sehe ihn. Ah! Oh! ich hab noch Nein! Ich bin getroffen. Ich hab noch einen. Ja, Mann. Sauber, du Tier. Ich passe auf, dass jetzt schon mal keiner an den Loot geht. Na, musst du aufpassen. Alle halten dich jetzt für einen Perversling. Hast du auch die Regenbogenarmband genommen? Hallo, hier glitscht einer weg, Alter. Ey, guckt euch das an, er glitscht. Wo soll ich denn gucken? Wie soll ich denn gucken? Ey, krass. Ich hatte nicht Dings machen sollen, nicht schießen sollen. Ich hab einfach den Esel nichtsmachend in dem Scheiß Busch stehen sollen. Wie ist denn jetzt für euch? Du, Rex, er hat einen. Ich bin dann gar nicht. Irgendwas läuft da. Ja, ja, da ist einer. Geht zum AirDrop. Okay. Ja, der war Bambi. Kasten. Da ist noch einer beim AirDrop. Ich hab wieder gegen den Busch geschossen. Hast ihn. Den will ich ficken. Der war an deiner Leiche. Gambo. Ja, alle beide. Mit 16 Schuss, Alter. Sauber, sauber. Da hängt, da baut es einer bei dir hoch. Wie, 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 wie? Bei wem? Hallo, rede. Bei. Hast ihn.